Die Arbeit von Dagmar Wörl Die Arbeit von Dagmar Wörl sagt, hör mal, du musst dich da schon um die Menschen kümmern und das ist für mich wichtig. Ich bitte um Ihr Vertrauen, gehen Sie zur Wahl und geben Sie mir und der CSU Ihre Stimme. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Firma Hesslein. Die Arbeit von Dagmar Wörl